Die LCD-Fernseher. Jetzt ist das Video an, dann ist es also wichtig, dass auch Ton dabei ist. Also musst du jetzt halt sagen, Mama, jetzt musst du aufhinnommen. Ja, ist ja prima, dass Herr Martena uns mal wieder besucht hat. Da freuen wir uns ja. Da freuen wir uns wirklich, dass er mal wieder gekommen ist. Schön, dass du wieder hier warst, Micha. Ja, vielleicht fällt es ja noch irgendwann an mit einem. Nee, das ist auch ein anderer Satz. Wie war denn das mit Ihrer Fußmatte wieder? Mit der Fußmatte? Ja. Mit welcher? War das nicht Ihr Köter? Nee, ich hab keinen Köter. Also haben Sie die Fußmatte? Das ist ja toll. Ja. Und, haben Sie geklagt? Nee. Was war denn mit der Fußmatte? Ich wüsst nicht, was da war. Mach mal auf Alzheimer. Hast vergessen. Hab alles vergessen. Alles vergessen? Ja. Ich hab auch alles vergessen. Ist das gut? Ist das gut? Du bist doch besser drauf als ich. Haben Sie sich jetzt auf Anraten Ihres Arztes abgewöhnt, im Bett Nutella Brote zu essen? Nee, dafür esse ich was anderes. Nee, dafür esse ich was anderes, esse ich Marmeladenbrote. Ja. Ja, genau. Ja, und ich esse gerne mal ein Stück Kuchen. Darfst du gar nicht so viel Kuchen essen? Und hast hier schon alle deine Jacke? Ja. Na ja. Siehst du was? So, ist es. Puzzeln. Nächstes Mal, wenn du wieder hier bist, dann gehen wir mal auf ein paar andere Flohmärkte. Dann merke mich mal vorher Acunien und dann werden wir nochmal ein paar andere schöne Richtig. Aussuchen, wo das dann vielleicht noch ein bisschen andere Publikum auch, beziehungsweise wo noch ein bisschen größere Auswahl ist. Gut, das machen wir auf jeden Fall. So hast du den Beweis, den hast du jetzt festgehalten. Und wann kommt der jetzt wieder? Och, so ziemlich bald. Schön. Ja. Wenn wieder mal ein günstiger Pflug sein sollte. Na? Genau. Und wenn das zeitmäßig alles geht. Na klar. Hast du ein Video aufhören? Was? Wie lange ist das Video aufhören? Ach, naja, das geht so. Ein paar bisschen Zeit ist hier schon drauf. Ich will ja bloß die Gesichter sehen. Schön. Und vielleicht, dass irgendwie was gesappelt wird. Oma, jetzt... Das sind hier alles wie die... Hat dir denn der Kuchen gemundet? Würdest du noch was mitnehmen? Der Kuchen war köstlich. Du kannst hier nachher bestimmt noch ein Stück mitnehmen. Na, vielleicht... Ja, genau. Käsekuchen noch da. Und Sahne mit Erdbeeren. Oder ein paar Kekse noch. Na, ich hab doch hier schon die Schokolade hier, wo ich mich drauf freue. Lecker. Na ja. Gleich heute noch loslegen. Heute Abend so als Betthupfer. Das Hemd, haben Sie Ihnen das im Gefängnis mitgegeben? Ja. Ich hab's jetzt umsonst. Ich hab's umsonst. Ja, ich nehme nur Sachen umsonst. Hahaha. Da Jutta, machen wir mal hier Schluss. Ja.